tdk-virus wieder mal am start und wir machen natürlich immer wieder da weiter wo wir aufgehört haben ja nachdem uns der kerl natürlich strange in die fresse gepisst hat muss ich mich dafür rächen weil ich lass mich nicht gerne anpissen ist bis nichts waren aber nicht so wortwörtlich und ja dann würde ich doch mal sagen gegeben wir uns doch mal wieder nach draußen ok fangen abgeschlossen wie jetzt muss ich noch mal zurück irgendwie ja doch da wird etwas angezeigt da hinter mir wieder muss da jetzt noch mal ein latschen naja ok so noch mal schön die pisse aus den klamotten raus schrumpen lassen alles so also krokodil sicher wieder mal nicht so mal sehen was der typ uns jetzt für eine ausrede in die fresse klatscht was du bist ja keiner von den bösen das wusste ich nicht ich hab dich trotzdem gerne angepilzt du ich immer wieder gerne so mal sehen also ich sehe da noch kein typen da irgendwie stehen komik wirklich sehr komik hoffentlich werde ich jetzt nicht wieder reingeschmissen und diesmal angekappt vielleicht okay was jetzt ja 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 mal war Das ist nicht so, was ich zu tun. Ich bin so, was ich zu tun. Was nicht so, was ich. Was nicht so, was ich da? Das ist ein Wetter. Die Hülle sind nur die Hülle von uns, aber das werden wir nicht mehr für die Hülle von uns. Das ist nicht so. Das ist eine Wette, die Hülle von uns. Das ist nicht so. Das ist alles. Also da ich an Hasar Oros'i Sanja. Hey, mir. Okay. Wunderschöner Steinblut von Oros. So, jetzt soll ich wohl wahrscheinlich Steinchen besorgen. Nachdem der Typ mich angepisst hat. Okay. Okay, verstehe ich. Äh, wo ist denn jetzt hier eigentlich diese komische Furter hier? Diese, ach, keine Ahnung, Benjas Hand. Oben, unten, oben, unten. Äh, ja. Ah, die ist oben. Die ist eindeutig weiter oben. Noch ein Stück sogar oben. Oh, ne, da geh ich jetzt nicht nochmal hoch. Äh, Warnung, was? Warnung, hä? Achso, ich muss nicht ändern. Ich bin, öpsi, sorry, Boss. Ähm, wo, 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 wo? Ach, da rüber nur. Ja, mal sehen, was mich da wieder wunderschönes erwarten tut. So, mal sehen, ob ich jetzt durch Zufall von einem Krokodil vielleicht angeknabbert werde. Hm. Aber, wie man sieht, sieht man nichts. Oh, da sind, was ist das da? Jacks. Jacken. Jackets. Ja, könnten wir uns doch mal den einen oder anderen. Oh, ja. Nice, Kfeifern. Okay, what the fuck. Das ging schnell diesmal. So, gleich mal häuschen die kleine Sau. Okay. Dutututututututum. Hm, noch weit weg, nö. Äh, ja, okay. Du bist hier. So, da sind wahrscheinlich viele Gegners, ja. So klar, wieder Flachbirnen. können wir da eigentlich nicht abstechen wenn jetzt welche drin wäre so söhle popöle wieso hallo bist du behindert hallo stopp stopp tausendmal dieses fleisch oh mein gott eine horde gegner mit pfeil und bogen die nicht gleich voll durchbohren werden chill mal deine base ich muss mein steak fressen mann ich ruf mal lieber mein stärkeres mietze kätzchen sonst wird sich die dauerhaft von tieren angegriffen das funktioniert auch so dass Prozent alles klar bist du voll behindert ähm dass Tiere also je nachdem wie die Rangordnung ist ähm dass die kleineren Tierchen die einem dann im Weg sind einfach abhauen das heißt wenn ihr dann irgendwann mal einen Säbelzahntiger habt das ist so glaube ich das stärkste aber bin ich mir nicht ganz sicher und auf jeden Fall rennen dann so Wölfe und schlagen gefiechert diese Rothunde rennen auf jeden Fall weg und was ich ja dann auch noch so auf dem Map mal entdeckt habe ist der größte Abfucker Scheiß mal wieder ever und zwar ist das der Dax der Honig Dax der normale Dax ich weiß nicht wie die den hier genannt haben auf jeden Fall in Far Cry 4 war der total abgehobenes Vieh ungefähr genauso stark wie ein Elefant äh total überpowered auf jeden Fall und das gleiche trifft auch wieder mal hier in diesem verfuckten Sex Game zu was mich auch sehr anpisst wenn da so ein kleines dreckiges Vieh kommt und einen zehntausend Mal die Klöten abweißt mal Mann nein ag jetzt muss ich beter hinterlatschn but nein aber Stadt ja noodles dann noch eins hey naja also sonst hab ich immer mehr Schüsse gebraucht jetzt geh tsche聞 das ist das ist gut das find ich nice Ich muss mich immer so viel rammeln und rennen und hin und her und vor und zurück Ja, die Ziegen sind eigentlich relativ scheißegal Ich weiß ja nicht, das brauche ich immer mal wieder Wieso leuchtet das jetzt da hinten so komisch? Die Steine leuchten wahrscheinlich so, oder? Genauso wie das mit diesen seltenen Ach, wer ist das? Seltene Vorräte, nicht Vorräte Ach Gott Seltene Bauelemente, sagen wir es mal so Die zu finden, diese Teile Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, wie das gehen soll Aber ich werde irgendwann eh alles herausfinden So, zum Glück habe ich jetzt endlich diesen Scheißhaken Da kann ich jetzt auch endlich die Scheißwende schön hochklettern Und muss nicht immer um jeden verfickten Hügel drum herum gehen So, mal sehen, was erwartet Micky da umdien So, da würde ich sagen Setzen wir mal meine Drohne ein So, aha Da sind ja einige da unten Gibt es da auch solche heftigen Typen? Nö, die sind nicht da Ich weiß gar nicht, ob die irgendwelche Namen haben Ob diese Typen, diese verschiedene Klasseneigenschaften Ach, ich meine Namen Diese verschiedenen Klassen da Die die da mal wieder haben Verschiedene Namen haben Wie zum Beispiel das mit dem Blitz Das war ja wie so eine Art Attentäter Der da hingerannt ist Und ihn da mit einem Messer Sonst immer bedroht hat Aber hier Hey, stirbt er? Er stirbt jetzt mal? Hallo, bist du Bist du verbehindert? Komm, nirgends her! Das ist Flachbirne So, ja genau Hagel dich jetzt mal schön langsam noch runter Während die schon unten nur warten Und mit ihren Speerspitzen dir voll in den Arsch piepfen So, guten Tag Stürz mal bitte Danke Ah, da fällt mich ein Ich müsste vielleicht noch Meine Fähigkeiten ein bisschen Besser verteilen Auf Takedowns in so einem Scheiß Ich habe nämlich auch immer mal wieder Probleme Mit diesen etwas stärkeren Gegnern Da habe ich bis jetzt auch nicht wirklich eine Waffe gefunden Die die sofort auslöscht Aber naja Erstmal hier meine ganzen Scheiß zusammensuchen Ich weiß gar nicht Nach diesem alten Mann Fehlt ja dann eigentlich Gar keiner mehr Außer die beiden ganz unteren Die da noch Nicht auf der Map angezeigt werden Die halt nur in diesem Skillmenü Zu sehen sind bis jetzt Aber Mal sehen Ich lasse mich einfach mal überraschen So, letztes Steinchen Wo? Unten Okay Na ja Kann mich nicht hören Mal letzten Ja, komm, steh auf Und Ich bin Fertig So, erstmal so etwas Reinknallen Blut von Oros Abgeschossen Schlossen Schlossen So, hier unten ist es in Hand Und noch so ein guckiges Zeug Nehmen wir gleich mal mit Und weiter geht's Ein Fertigkeitspunkt Jetzt werde ich erstmal Ja, die Karte ist ein bisschen weiter erforscht worden von mir So, genau Jetzt hat er da seinen Lara da drüben schon Und wartet wahrscheinlich nur gierig da drauf, dass ich da ankomme Und er dann sagen kann Ey, yo, Alter Ich bräuchte mal ne Hütte hier So Uuuhu Lalalala, das kann ich mal ausmachen Äh, ja, das wird ziemlich zeitig angezeigt So, da ist er schon Fällt mir jetzt gerade erst auf Den fehlt der Arm Das fällt mir gerade irgendwie ziemlich zeitig auf Sieht auf jeden Fall super schön aus Ja, zum Glück habe ich hier Ressourcen schon Müsste ich eigentlich nur noch bauen So Wieder mal meine schönen XP bekommen So, was kann ich jetzt ja eigentlich noch schönes bauen Äh Hier ist ja doch schon einiges frei Oh, ein Bogen Hm Der Schleuder Die könnte ich noch machen Ja, Kletterhaken Aber dem Langbogen hört sich gut an Dauert zwar ein bisschen, um den nachzuladen Aber erhöhten Schaden und erhöhte Reichweite Da fehlen mir halt noch drei verschiedene Ressourcen Aber es dürfte nicht das Problem sein Äh Okay Upgrade, den kann man also nur einmal Aha, Falle gibt es auch noch Steinsplitter Dopsucht, aha Naja, ich kann ja jetzt schon einiges bauen Hier, das ist zum Beispiel, hier brauche ich gar nicht so viel Ähm Jo Doppelbogen, lol Löl So, mal sehen, Fertigkeiten Das brauche ich auf jeden Fall Jetzt habe ich ja erstmal maximale Lebensanzeige Äh, Regeneration Ne, das ist auch nicht, äh, oder? Ich weiß nicht so ganz aufgedeckteres Gelände Nahrungsboost 1 Tod von oben Ja, hier ist jetzt einiges frei Dann nehmen wir mal das eine da rein auf jeden Fall Und das noch Und auch machen wir gleich bei jedem das erste einfach So, was hat er hier eigentlich noch übers Liegen? Ne, ach du Scheiße, findet man irgendwie viel noch Ja, das kann etwas dauern Ich die ganze Scheiße zusammengefunden hab So, den Typen habe ich ja auch noch da oben Fällt mir gerade ein Den habe ich noch überhaupt gar nicht besucht Dann will ich auch ein Häuschen haben Mal sehen, ob ich noch genug Zeug da hab Okay, dann bauen wir ihn ein Äh, ja, da haben wir alles Da bauen wir ein kleines Häuschen Und fertig Wunderschön Mir fehlt noch ziemlich viel Und auch noch seltene Sachen fehlen Zum Glück kann man das nur maximal zweimal upgraden Was ich auch auf jeden Fall machen müsste Äh, was ist das jetzt hier? Ja, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen Und Platin zu machen Denn wenn neue Updates rauskommen Mit neuen Modis Gibt es auch erweiterte Trophäen Und wenn ich dann noch kein Platin hab Dann darf ich die Trophäen auch noch dazu machen So, was haben wir jetzt hier eigentlich noch im Lager? Ähm, ja, nehmen wir mal hier noch ein bisschen was rüber Was ich noch nicht so oft drin hab Vor allen Dingen irgendwas zu fressen Rote Blätter brauche ich auf jeden Fall Um meine Animals wieder zurückzuholen Wenn die mal draufgegangen sind Äh, ich weiß gar nicht Hatte ich denn bis jetzt schon mal seltene Sachen drin? Hm Muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten Das heißt Wenn ich jetzt das Zeug jetzt erst bekomme Das heißt, wenn ich In jeder Region Immer erst diese Punkte freischalte Kriege ich auch erst diese Ressourcen Okay, das ist natürlich Auch mal was Neues So, noch ein bisschen Holz rein Naja, den Skill Dass ich, äh, aus einem Holzstückchen Gleich zwei Pfeile oder drei machen kann Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich Weil mein Beutel ist ja noch nicht maxed Hm, was fehlte denn hier? Also eigentlich hier fehlte noch diese Das war seltene Das war nur Mammut Okay Äh, ich wollte noch was anderes einstellen Äh, wo war denn das? Ich wollte mal gucken Ob es hier irgendwie eine Anzeige gibt Wo man sieht, wie viel Prozent ich schon geschafft hab Aber ich, äh, hier kann man sogar abspeichern So, noch mal Okay Was braucht man das denn? Machen wir mal Ja, also ich, ich weiß nicht Das sieht man nur am Anfang, glaube ich Aber das ist hier irgendwo zu finden Die Prozentanzeige Nee Auch nur die gleiche Scheiße Ja, komisch So, mal sehen Hier fehlen halt noch die zwei Ja, 84 Ich glaube bei 100 kriege ich dann die drei Punkte da Äh, ich kriege ja immerhin schon diese zwei Prozent Für zehn gewonnene Okay Zehn erst, oh Gott Nein, Fertigkeitspunkt habe ich ja noch Den stecken wir mal Hm Wo stecken wir den mal rein? Ich glaube, dann nehme ich das hier, oder? Ja, nehme ich das Oder gibt es noch etwas Besseres? Äh, nehmen wir das Zack So, jetzt habe ich wieder mal null Jetzt darf ich, dass wir hier noch ein paar Pünktchen machen Ich kann jetzt noch ein paar Sachen bauen Äh, ja, was nehmen wir da? So, das Und was ist hier? Das noch Ähm Nochmal Das noch Und dann noch die zwei unten Auf jeden Fall noch Ah, okay Jetzt habe ich nichts mehr Hm, scheiße Das geht noch So, jetzt ist hier erstmal das noch alles geabgradet Der Titte So, ja, das ist sehr schön Dass du mir das anzeigst Ich weiß auch nicht schon, wie man das wechselt Keine Panik So, Leute Ich würde sagen Genug für heute mal wieder gemacht Und erbaut Lasst ein Like Da Ein Abo Ein Kommentar Schreibt irgendwas mal rein Ich sag Tschüss Telekavirus Bye